Personen über Bordmanöver, wenn wir unter Maschine sind. Das läuft ein bisschen anders ab, als das Manöver, wenn die Segel gestellt oder gesetzt sind. Wir haben jetzt hier an der Stelle mal eingezeichnet, so läuft die Strömung, was ich auf dem Fluss bin oder so geht der Wind, je nachdem, je nach Situation. Wir selbst verlieren natürlich jetzt irgendwo eine Person, ein Mitglied unserer Crew. Ich würde sagen, wir machen das mal hier. Selber sind wir allerdings auf dem Weg mit unserem Schiff. Und ich würde sagen, es ist ja egal in welcher Richtung, also ich würde sagen, wir fahren so. Als klassisches Beispiel. Das erste, was wir nun tun müssen, ist, wir müssen auskuppeln und das Heck wegdrehen, um die Person nicht mit unserer Schiffschraube zu gefährden. Das heißt, wir müssen schauen, dass das Heck weggeht von der Person. Dazu gibt es mehrere Kommandos. Punkt Nummer 1, Boe oder Person über Bord an Steuerbord in diesem Fall. Wir steuern sofort mit dem Steuer in Richtung Steuerbord. Fast gleichzeitig, wenn nicht sogar zuvor, kuppeln wir aus. Damit ist keine Energie mehr auf der Schiffschraube. Sie wird sofort weggedreht und ich kann eine schöne Drehung um die Person machen und so die Gefahrensituation einfach einschränken. Wenn das durch ist und wenn das gemacht ist, das muss wirklich ad hoc sofort passieren, laufe ich einfach drei Schiffslängen ab und beginne dann eine Drehung. Das ist jetzt ein Manöver über die 8. Das heißt, ich drehe hier und laufe dann in diesem Winkel wieder auf die Person zu. Vorteil ist jetzt, ich nehme die Person in Loof auf. Das heißt, Wind oder Strömung, Person und ich. Das heißt, ich überfahre sie nicht, würde auch nicht drüber treiben und habe jetzt Zeit, bis hier läuft der Motor ja noch, schön mindestens drei Schiffslängen zuvor wiederum auszukuppeln, um mit dem Schiff langsam gegen die Welle, gegen die Strömung auszulaufen und die Person an Steuerbord aufzunehmen. Auch das ist natürlich ein Kommando. Ich nehme die Person an Steuerbord auf und habe damit eine schöne 8 gefahren und so wieder relativ zügig die Person an Bord geholt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020